Gerade vor einer Woche kam das letzte große CS2-Update ran und jetzt kommt schon das Nächste. Sag mal, was ist denn hier los? Ich habe mir einen waschechten Wiesländer bestellt, Jürgen Hurenzson. Haha, sorry. In diesem Update sind einige sehr wichtige Dinge geupdatet worden und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir fangen ganz oben an und sehen schon, oi, der Workshop ist endlich da. Wir können jetzt also CS2-Maps auf den Workshop hochladen. Wenn ihr also jetzt oben auf Play drückt, dann seht ihr hier rechts schon Workshop-Maps. Hier wären die aufgeführt, wenn ich welche da hätte. Hier unten links ist der Workshop verlinkt, da kann man dann Sachen halt runterladen. Des Weiteren kann man diese Maps auch auf den Community-Servern laufen lassen. Und es wurde noch einiges an den Editoren für Items wie auch an den Workshop-Tools verbessert. Schon kommen wir zum nächsten großen Punkt und zwar dem Gameplay. Hier am Anfang wurde gefixt, dass manche Commands wohl ignoriert wurden, wenn man eine schlechte Internet-Connection hatte. Das ist jetzt nicht mehr so. Der zweite Punkt ist direkt sehr, sehr wichtig. Fix the case where weapons could fire faster than intended. Diesen Punkt hatten wir auch schon ein paar Mal in den Streams, dass jemand einfach reinjallert und es einfach zwischendurch so rüberkommt, als wenn einfach zu viele Kugeln rauskommen. Wir sind dann da mitunter von Lex ausgegangen. Aber das war wohl tatsächlich ein Fehler, der so eben, ja, stattgefunden hat. Und der nächste Punkt war sogar jetzt vor dem Fix noch ärgerlicher. Und zwar schießt du jemanden an und es konnte mitunter so aussehen, dass du den Gegner mehrmals getroffen hast. Du bist also vielleicht gestorben und hast dann gesagt, hey, der hat zwei Hits. Oder vielleicht sogar drei ist Half oder Low oder sowas. Und dann siehst du nach der Runde oben an der Anzeige, dass es nur ein Hit war. Und du ihm halt, was weiß ich, 30 Damage gemacht hast. Wurde jetzt also auch gefixt. Den nächsten Punkt habe ich zum Glück nie erleben müssen. Und zwar, dass man seine Waffen bei einer Overtime, also zwischen den Runden, verlieren kann. Das ist natürlich dann sehr bitter. Und auch den nächsten Punkt, also dass eben gedroppte Waffen einfach irgendwie durch die Map durchfallen und weg sind. Hier geht es um eine optische Geschichte, wenn man stirbt. Und der kommende Punkt, das wollte ich noch testen. Angeblich arbeiten die Decoy und die Smoke jetzt viel hübscher zusammen. Mal gucken mal ganz kurz. Ah ja, der Rauch reagiert auf die Decoy. Das war davor nicht so. Das haben sie schön gemacht. Des Weiteren können die Smokegranaten nicht mehr sofort aufgehen, wenn sie in irgendeinem Spalt hängen bleiben, was sie ja mitunter mal gemacht haben. Dass wenn sie irgendwo fest gespaltet hat, dann ist es direkt aufgegangen. Jetzt haben sie eine Minimum Views Duration. Spiele ignorieren ab jetzt Schaden, der kleiner als ein Damage ist. Ich nehme an, da geht es irgendwie um ganz entfernte Granaten, die dich halt gerade noch so treffen. Du hast jetzt das Uah und verlierst aber kein Life, dass das jetzt halt weg ist. Dass man das überhaupt nicht mehr mitkriegt, dass da ein Damage stattfand. Und der nächste Punkt hier ist auch sehr, sehr sweet. Gerade für unsere lustigen internen Spiele. Wenn man in so einer witzigen Gather-Runde wie bei uns hier in Donnerstag über East Portal einen Feind neifen will in der Smoke, aber ein Maid kommt mit dazu. Dann triffst du priorisiert den Feind, nicht deinen Maid. Auch wenn dein Maid eigentlich getroffen werden könnte. Du kannst deinen Maid also nur noch aus Versehen anneifen, wenn kein Gegner in der Nähe ist. Also in derselben Hitrange. Auch die nächsten zwei Punkte handeln von den Knife-Attacks. Übrigens vielen Dank an Blumi und Drunken für die Hilfe meiner ganzen Geschichte. Und zwar war die ganze Sache mitunter leicht verbuggt. Es konnte dazu führen, dass eben ein Nicht-Knife-Hit dann trotzdem so geklang oder eben den Damage-Effekt gemacht hat, obwohl man nicht getroffen hatte. Und hier der zweite Punkt oder vielmehr der dritte Knife-Punkt bezieht sich auf eine eigentlich ja wirklich Frechhaftigkeit. Und zwar macht das Knife jetzt, wenn du darauf switchst, auch wirklich den vollen Schaden und nicht wie in manchen Fällen, da gab es einen, der mit AWP irgendwo verschossen hat, dann direkt auf Knife switcht, links, links, rechts und dann aber nicht den Kill macht, sondern nur 97 Damage macht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der Gegner fällt jetzt dann auch richtig um. Das wurde irgendwie komisch gewertet im Vorfeld. Was der letzte Punkt hier bedeutet, weiß ich nicht genau, beziehungsweise was für ein Fehler der fixt. Wenn du jetzt ankommst als Spieler, ist deine Augenhöhe gefixt auf der Map. Ich weiß nicht, ob es da um diesen Fehler ging, bei dem man dann ab und an einfach zu hoch oder zu niedrig war, so geflogen ist oder wie wir es vorhin hatten, kurz nach einem Bombenplant, dass dann jemand einfach kurz sehr klein war. Also aus seiner Sicht heraus, I don't know. Auf Entferner wurde wieder einiges gefixt. Das ist eigentlich alles eher unwichtig, finde ich. Beziehungsweise der eine Punkt hier, dass die Vögel manchmal als Granaten mistaken wurden. Das ist schön, dass sie das gemacht haben. Und das ging mir auch manchmal so, dass ich halt denke, oh, da kommt eine Granate, aber dann ist es nur ein Vogel. Ich nehme an, die Vögel haben sie einfach entfernt. Hier bei Servers geht es unter anderem um die Uptime, um die Stunden der Uptime und auch um einen Self-Shutdown, beziehungsweise eben einen Neustart. Und ich denke, der Punkt interessiert auch einige Skin- oder halt Item-Verrückte. Wenn ihr beim Join auf einen Server neue Items bestätigt, dann wird es global in den Chat gepostet, dass halt SpielerX gerade tolle Sachen bekommen hat. Und hier im letzten Punkt geht es um den Ping. Das ist für mich eigentlich auch ganz interessant, denn ich habe ja sowieso Ping-Probleme. Und jetzt bleibt man nicht auf einem loweren Ping stucken, obwohl dein Ping eigentlich höher ist. Zu guter Letzt wurde das Rendering der Sticker noch verbessert. Im Competitive seht ihr jetzt, wie viele Wins ihr noch braucht, bis ihr dann einen Rank auf der Map habt. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Diverse Bugs im Hut wurden verändert. Ein paar Fixes auf Skins und Stickern. Okay, immer gut. Nehmt man gerne. Item-Inspection-Bugs wurden gefixt. Hier die Beine von dem einen Knilch wurden gefixt. Die Player-Animations auf den Servern wurden jetzt auch gefixt. Da hat man ja mitunter mal mit Drucklern zu kämpfen gehabt. Die Smoke-Granaten-Kanister sind jetzt auf Chrom gewechselt. Boost-Player-Con speziert sich jetzt nicht mehr auf Leichen. Und ich nehme an, darauf haben wir alle gewartet, ist die Mikrofonschwelle jetzt angepasst worden. Ich finde dieses Update auch wieder richtig sweet. Man merkt, sie arbeiten natürlich, sagen jetzt viele, ja, aber Anti-Cheat, Tick-Raid und deine Mutter. Man kann nicht alles an einem Tag machen. Ja, Volvo hat viel verpennt. Natürlich könnte das alles schon stehen. Operation, wo? Aber sie wurschteln. Und für mich ist es auf jeden Fall schön zu sehen, dass halt gearbeitet wird. Und wenn es dann eben auch nur Sachen sind, wie wir haben noch irgendein Pixelchen entfernt, wo eine Smoke durch den Boden fallen konnte. Ja, geile Meile, weg damit. Hier waren auch wieder schöne Änderungen mit dabei. Welf gerne weiter so. Wir machen jetzt noch geschwind ein Giv-O-Way fertig. Und zwar gab es vor kurzem für euch eine AK-47-Elite-Bild zu gewinnen. Um mehr mitzumachen, musste man bei dem Video über die Ranks schreiben, ob man schon mal in meinem Stream war oder nicht. Ich habe hier im Comment-Picker wie immer alles ready gemacht. Vielen lieben Dank für einen, für 69 Kommentare, Alter. Geile Meile. Und der Gewinner, der hoffentlich auch eben die Catchphrase geschrieben hat, ist, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich war schon mal dabei. Oh, Ajax. Ja, sehr schön. Ajax, du hast somit die AK-47-Dingenskirchens gewonnen. Schreib mir bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner Kanal-Info bitte deinen Trade-Link bei. Dankeschön. Und natürlich gibt es hier auch wieder ein neues Giveaway für euch. Und zwar gibt es den leckeren M4-1S Emphosaurus S für euch zu snacken. Und die Frage ist hier einfach wieder dieselbe. Warst du schon mal in einem meiner Livestreams? Wer das mit in seinem Kommentar stehen hat, ist automatisch mit im Giveaway dabei. Ja, das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Danke auch für die Kommentare, für die Likes, für die Abos und so weiter aus den letzten Videos und Tagen. Grüße dich hier draus. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe. What?